Hallo liebe Clubfans, danke, dass ihr mich zum Spieler des Monats August gewählt habt. Es ist eine Riesenehre für mich. Ich hoffe, dass wir morgen gegen Duisburg den nächsten Dreier zu Hause einfangen können. Dafür brauchen wir jeden Einzelnen von euch mit voller Unterstützung, mit voller Kraft und dann können wir hoffentlich die drei Punkte hier in Magdeburg behalten.